ja hallo zusammen endlich mal wieder ein video von mir lange gab es keine mehr lag daran ich habe keine zeit gehabt und dementsprechend jetzt wieder neues material von mir und hoffentlich auch wieder regelmäßig ich nehme euch dieses wochenende mal mit um euch ein bisschen zu zeigen was so bei mir am wochenende ansteht heute zum beispiel geht es nach ellingen um hier eine veranstaltung zu fotografieren im prinzip ein jubiläum vom schützenverein morgen geht es weiter da muss ich eine zahnarztpraxis fotografieren auch mal was spannendes darf ich aber euch leider nicht mitnehmen am abend ist geplant den dj elmar liebe grüße auch an dieser stelle gleich mal an dich roland elmar simberg in endendorf muss ich da für ihn ein paar kleine videoclips drehen am sonntag geht es weiter den ganzen nachmittag über vollprogramm um 13 uhr genau 13 uhr geht es los mit einer schulung bei der agentur news 5 also werde ich geschult muss ich nicht muss ich keine schulung geben danach geht es weiter so gegen ist schätze jetzt mal so gegen 16 uhr treffe ich mich mit dem gabor richter bzw er ist da vor ort präsentiert hier seine neue dvd ich werde hier mal vorbeigucken werden mal begrüßen mal hallo sagen und ich werde die handsignierte dvd die verlost habe glückwunsch an die sabrina hofmann an dieser stelle abholen und die ganze zeit über werde ich auch ein bisschen filmen ja im prinzip war es das im prinzip schon von dem wochenende und ihr werdet auch ein paar einblicke davon bekommen in diesem sinne viel spaß bei den nächsten szenen ja wie gesagt jetzt geht es nach ellingen zum jubiläum der schützen und da spielen heute die stötzlbacher so eine regionale band hier und werde da ein paar fotos machen und ja vielleicht die ein oder andere sequenz für euch auch noch in diesem sinne viel spaß habt ihr noch ein bisschen krise Ja, grüßt euch. Heute Abend, Samstagabend, geht's nach Ennerdorf auf die Beachparty. Ich soll da für einen DJ Elmer ein paar Videoclips drehen, zusammen mit Michi Linschmann. Ja, auflegen wird unter anderem, wie gesagt, DJ Elmer, DJ Starjack und die gewisse Sarah Knappig, Sarah Dingens, liebevoll genannt, ist auch da. Mal gucken, wie das heute Abend so wird. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit und viel Spaß in den nächsten Szenen. Also das Wegele hinten im ersten Stock. Ich vertraue euch, Leute, einfach mal die Flasche hinter. Ich bin gespannt. Flasche, Wolfgeber, nach hinten. Nach hinten. Das hat ja super geklappt. Seht ihr, die Rengen ist am Start? Seht ihr, die Jungs am Start? Das war die erste. Yes. Wachter Applaus, wachter Applaus. Wachen Sie, wir sind die Karte und die Karte. Sie, 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 Sie. Sie, 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 Sie? Sie, 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 Sie. Sie. Sie, Sie. Sie, 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 Sie. Die Strecke Drei Das war's für heute. Lass uns springen! Nächste Zeit für die Hände verholen! Hallo, ihr seid begrüßt, ich bin hier mit dem Wein und wir machen die Hübel zur Party, oder? Ja, auf jeden Fall! Let's go! Ja, guten Morgen, beziehungsweise Mahlzeit. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr. War gestern auf der Beachparty in Ennerdorf. War ungefähr um 2, halb 3 daheim. War eigentlich ganz cool. Elma hat super Stimmung gemacht. Also nochmal viele Grüße an dich Elma. Star Check war eigentlich auch ganz cool. Sarah Knappig, das seht ihr auch im Video mal ganz kurz, hat ein bisschen Stimmung gemacht. Zumindest versucht. Und ja, also ich bin jetzt unterwegs nach Nürnberg zur News 5 Schulung. Danach steht das Treffen mit Gabor Richter an. Und danach wahrscheinlich noch ein spontanes Shooting bei Erlangen. Ja, also vielleicht seht ihr die ein oder andere Szene noch. Von der Schulung und vom Shooting wahrscheinlich weniger. Aber vom Gabor Richter und so weiter werde ich noch ein bisschen berichten. In diesem Sinne, viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Wie versprochen, ich habe eine DVD verlost vom lieben Gabor hier. Servus! Hi! Die Frage war, was hat Gabor gelernt? Beruflich. Und ich glaube, die Antwort, jetzt muss ich es selber überlegen. Es gab nur eine Antwort, oder? Weil manche haben zwei geschrieben, gell? Richtig. Erst war es Kaufmann gewesen, Einzelhandelskaufmann. Und danach war es Mediengestalter im Non-Print-Bereich. Okay. Ne, im Print-Bereich. Print-Bereich. Im Print-Bereich. Scheiße. Darf man fluchen in deinen Videos? Ist okay. Okay. Das war keine Absicht. Nein, passt. Dann mache ich einfach das Piep. Ja. Gewonnen hat, per Zufallsgenerator, die Sabrina Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Auch. Gabor hat hier eine Kleinigkeit für dich. Und zwar diese DVD durfte ich für dich signieren. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß mit diesem Training. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bei mir. Und wenn du irgendwelche Bilder schon mal fertig hast, kannst du sie mir auch mal schicken. Dann können wir auch gerne mal telefonieren. Und dann können wir darüber reden. Ja. Gabor telefoniert gern, hat er gesagt. Ja, ich telefoniere sehr gerne. Sehr gerne sogar. Alles klar. Viel Spaß. Ciao. So. Noch ein paar abschließende Worte zum vergangenen Wochenende. War zwar recht anstrengend, hat aber echt viel Spaß gemacht. Ein paar neue Leute habe ich heute kennengelernt bei dem Treffen mit dem Gabor Richter in Nürnberg. Auch der Gabor. Hab den heute zum ersten Mal gesehen. Super Kerl. Voll nett. Also echt, muss ich sagen, bodenständiger Mann. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich doch ganz gerne interessieren. Lasst einen Daumen nach oben oder Kommentar oder wie auch immer. Dann wird es in Zukunft natürlich mehr Videos in dieser Art und Weise geben. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020